Ja, hallo und herzlich willkommen heute hier auf der Fahrt zum MSV Duisburg. Und zwar wieder mit einer Jugendgruppe vom Wittus Mayen. Heute sind wir ein bisschen gemischter, ne, Markus? Heute Zweitligaspiel, diesmal kein Pokalspiel, heute Zweitligaspiel MSV Duisburg gegen Herzgebirge Aue. Und ich freue mich darauf und natürlich freue ich mich mit vielen Jugendlichen und Eltern zum Stadion zu fahren. Wir sind nachher da und freuen uns auf dieses Spiel in Duisburg. Und jetzt schauen wir einfach mal, wer so alles hier im Bus sitzt. Erstmal der Werner, der wichtigste Mann hier im Bus als Busfahrer mit seiner netten, reizenden Frau, die uns heute hier wunderbar hier bedient. Gitte, ist das richtig? Jawohl, eigentlich Brigitte, aber Gitte ist ja auch was Feines, ne. So, dann schauen wir mal hier, der Väter mit den Kindern heute dabei, ne. Der Dennis am Lernen, so wie die Mama das möchte, ne. Freuen wir uns gleich hier auf Duisburg, ne. Hallo, einmal Hallo sagen, Hallo. Peace. Genau, peace, ne. Werner, wenn du gleich Duisburg Süd siehst, da fahren wir raus. Ja. So, alle im Duisburg-Fieber, na, so ein bisschen. Heute wird Duisburg angefeuert. So ist es, hör mal. Wir müssen heute Winde. Das ist mal ganz klar, Adolf, ne. Hallo. Hallo. So, einfach mal schauen hier. Und? Wer wird heute angefeuert? Das ist ja mal wohl klar, ne, Baby. Wer wird angefeuert heute? Aue. Da musst Du gleich aussteigen. Genau. Da steigst Du gleich aus, so. Ne. Ja, alle die. Ne. Was sagst Du? Der Schönste ist hier. Ist das der Schönste? Das stimmt. Der Schönste vor der Wand gerannt. Ey, komm mal nach hinten, da sind's der Schönste. Wo sitzt der Schönste? Benne. Hier. Wo sitzt er? Neben mir. Neben dir, der Gregor. Weil die Verbreitung. Megawall. Was? Gregawall, wer ist der Schönste? Ich. Megawall. Das stimmt, hast recht. Schön vor der Wand gerannt. Julius, wer wird heute angefeuert? Ich. Ja, das ist ja wohl mal klar, ne? Aue. Diese Frisur ist einfach die geilste, Benne. Hör mal. Und deine Mutter, Sepp, noch zu mir, das wär gewollt gewesen. Das kann ich nicht glauben. Wahrscheinlich war sie noch teuer, wa? 40 Euro bestimmt, da mal, ey. Und, Sepp, alles fit? Die Gürtel. Die Gürtel, ja, guck mal. Das ist das Ding, ey. Was ist das denn? Das ist ein Ding, der Gürtel. Das ist toll. Boah. Hier die Fraktion, hier die Schalker Fraktion. Wo ist dein Schal? So Dreck verbrennen hier. Was ist das? Hä? Was ist das? Zeig ich mal auf. Schal nennt sich das. Schal. Na ja. Ah, der Mischa ist ja auch da. Na, mein Kärchen. Mein Kärchen. Welche Karte? Na, meine Karte hier, du. Du sagst eben noch, für welche Karte schon. Oma, Alter, bist du heute Duisburg-Fan? Warum nicht? Ich schlachte dich, Freck, Junge, du. Ich sache dir, du. Da geht mal gar nichts, hä? Nein, ich schlachte. Ich schlachte. Ich schlachte. Ich schlachte. Ich schlachte. So. Gleich sind wir in Duisburg und dann drehen wir mal weiter so ein bisschen. Schauen wir mal. Ich schlachte. 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 Vielen Dank.